Und dann gehe ich nochmal hoch, um zu gucken was da oben alles ist. Weil ich muss unten lang. Knochenauswahl. Okay, hier geht es auch nicht längs. Aber nicht mit einer Fähigkeit oder so. Vielleicht geht es später hier lang. Wieso sollte es hier einfach zu sein, denke ich mir. Da ist ein Pugi. Hallo Pugi. Ich sagte Hallo Pugi. Na? Hatte ich nicht mal einen mit so einer Hose? Wahrscheinlich mit einer sehr ähnlichen Farbe. Die Symbole kommen sehr häufig vor. Alter Trank. Keine Ahnung was der macht. Ah, da ist doch ein Katzerwahn. Kann ich nochmal speichern. Ich gehe mal weiter, weil ich hoffe, dass wir direkt beim Dingens sind. Ähm. Ich steige mal ab, damit ich besser hier mit ihm reden kann. Ähm. Ich hoffe, dass wir direkt beim Erz sind. Weil ich, wie so oft, wenn ich mitten in meinen Aufnahmen gestört werde. Das ist ja jetzt ein paar Mal passiert gerade. Ähm. Habe ich keine Lust weiter aufzunehmen. Deswegen würde ich jetzt sogar gerne aufhören wollen. Ja, der schwarze Pest auch sieht wie der mit dem Linksbau aus. Halt und Glück haben wir gespeichert. Was ist denn das da? Das ist das Erz. Der Stein ganz hinten muss das Bindungserz sein. Right on, Partner. War ja klar, dass das nicht so einfach wird. Na, gegen einen von deiner Sorte habe ich schon mal gekämpft. Und besiegt. Äh. Wo sind denn die mir links hin? Ich weiß nicht, ob ich dich vergiften kann. Erstmal versuchen wir jetzt mit dem Feuer Atem um den Kopf. Und äh. Du hast, glaube ich, Geschwindigkeit oder... Wir könnten Siege bitte nicht auf Rafa. Ah, so'n Scheiß. Oh, er kann zweimal angreifen. Ist ja wunderherrlich. Elektrifizieren. Okay, dann... Er speichert Elektrizität in seinen Körper. Wird gefällig, wenn es zu viel er speichert. Äh. Dann tut er Loot mit Spezialangriffen. Hantieren wie zum Beispiel der kühne Homerun. Hat trotzdem gut Schaden gemacht. Aber ab wann ist... Ab wie viel ist zu viel? Das ist jetzt die Frage. Habe ich noch eine Fähigkeit, die ich einsetzen kann? Leider nicht. Ähm. Dann hau ich da... Es ist ja egal, was Loot jetzt macht. Ich schaue mal die Technik drauf. Äh. Eben auf die Hoffnung, dass es einen Geschwindigkeitsangriff macht. Und wir einen Doppelangriff machen können. Aber irgendwie ist da nichts draus geworden. Oh, das tut weh. Ähm. Ich heile mal beide. Mit dem Lebenspulver. Technik Resonanz. Ah, jetzt machst du dich stärker. Das ist Resonanz. Okay, ähm. Weißt du was ich da mache? Ich werfe eine Schallbombe auf dich, mein Freund. Auf den Kopf. Das dürfte ja für alle zählen, ne? Und für den ganzen Körper. Oh nein. Okay, das ist nicht gut. Äh. Ratha, du kannst jetzt wieder Sachen einsetzen. Dann setz mal wieder einen Feuerball ein. Auf den Kopf. Und wir hauen auf den Kopf drauf. Ich hoffe, er setzt einen Geschwindigkeitsangriff ein. Nein, Technik. Aber ist nicht so mega schlimm. Dann. Okay. Wir müssen Loot heilen. Okay, der Kopf ist schon mal besiegt. Äh. Setzt du da nochmal mit dem Feuerball ein. Aber jetzt auf die Schockschuppe. Wir hätten hier eigentlich... Ich dachte, das wäre der Schweif. Äh. Deswegen bin ich hier nicht angegriffen. Ähm. Weil ich dachte, ist ja nur der Schweif. Aber eigentlich hätte ich die Schockschuppe eingreifen sollen. Ähm. Ich setz wieder nochmal Lebenspulver ein. Weil beide heilen ist glaube ich gerade in dem Fall hier besser. Okay. Dann nochmal Feuerball auf die Schockschuppe. Und dann ein Megatrank auf Rathla. Dann nochmal auf. Uh. Das war Crit. Die blauen Sealschnitten. Dann. Bitte nicht. Äh. Äh. Okay. Das trifft keinen. Zum Beispiel eine Pose von... Also. Wenn die bei dem Gift tritt. Auf die Schockschuppe. Und du setzt mal kurz einen Megatrank auf dich selber ein. Loot. Ist auch vergiftet. Gut. Neutralisieren. Wahrscheinlich macht er die Vergiftung weg. Oder was war das? Die blauen. No shit Sherlock. Also. Ich habe es gerade zwar nicht vorgelesen. Aber er hat quasi das gesagt. Was ich dachte. Dass ich die Schockschuppe. Besiege. Dann eher nicht mehr identifizieren kann. Ähm. Ja. Mit Technik draufhauen. Blitzchnass. Bitte nicht auf Rathla. Okay. Haben wir die Schockschuppe besiegt? Wir haben uns seitladen. Das ist zumindest etwas. Auf Loot. Ist jetzt nicht so schlimm. Oh. Wir haben keine Bindung. Also doof. Äh. Schockschuppe. Ich mache mal Kraftangriff. Ja. Und das war richtig. Für einen schönen Doppelangriff. Ich mache immer das. Wenn Rathla eine Konfrontation hat. Mache ich immer das. Was Rathla macht. Und ich werde einen Doppelangriff machen. Und es sieht so aus. Als ob das Elektrifizieren nicht mehr benutzen kann. Wenn es ein Muster beibehält. Punkt. Okay. Keine Bindung. Wie? Keine Bindung. Wieso haben wir keine Bindung? Ähm. Keiner von beiden wird gerade angegriffen. Donneratem. Zum Glück haben wir so ein bisschen Donner-Verteidigung. Wir haben nicht genug. Ich meine ich könnte nochmal einen Gift-Tritt machen. Ich versuche mal. Geschwindigkeit macht keinen Sinn. Weil es setzt wahrscheinlich keine Kraft ein. Ich mach mal Kraft. Ah. Meist die Wandern. Gut wird wahrscheinlich jetzt besiegt. Nein. Zu Glück nicht. Also es ist jetzt nochmal ein Angriff ein. Aber er ist schon tot. Meine Güte. Ich muss mir anders hinsetzen. Es geht so im Rücken. Wenn ich so sitzen bleibe. Gah. Ja. Ich hab' da. Weißt du mal. Ich hab' da. Oder so. Ich hab' da. Du kannst hier. Ich hab' da. Ich hab' da ja leider. Ich hab' da. Ich wollte gerade sagen, irgendwie traurig den Braten nicht. Da gehen wir gleich hin. Das sind auch ein paar Sachen. Oh, die Arme sind links. Ich wusste nicht, was die machen. Ich wusste nicht, dass der Pesthauch befallen, also dass irgendwo ein Pesthauch befallen ist. In was stehen wir? Es ist gelb und flüssig. Miau, aufwachen, steh auf! Warum hast du das Bindungserz geschoben? Sag es mir. Miau! Ich wollte doch nur von dem angeblicken Poipaloi naschen. Aber gerade als ich das Fass hergebracht hatte, strömte das so ein egliger schwarzer Dunster raus. Und die angelegten Poipaloi schmeckten auch etwas komisch. Kurz darauf hatte ich mit manchen Problemen zu kämpfen. Was? Warte mal, du hast die angelegten Poipaloi gegessen? Nun ja, ich hatte Hunger und dann kam das schwarze Dunster über mich. Ich habe eindeutig genug von diesem Poipaloi-Zeugs. Den Pügelstein kannst du auch wieder haben. Miau, bringen wir das Bindungserz zurück zu Oma. Also gut, gehen wir zur ältesten Malla. Ich wäre gerne hier geblieben, um da die Sachen zu looten. Aber naja. Ich sehe auch gerade, sie ist auch kein Mensch, weil guck mal ihre Ohren an. Und sie hat nur drei Finger. Oder vier Finger, wenn man denn da oben mitzählt. Hallo Oma, schau mal, was haben wir, was wir von einem Milinks zurückgebracht haben. Liebe Güte, wer hätte das gedacht? Ich erinnere mich, dass ein Milinks ihn gestohlen hatte. Danke, dass ihr ihn mir zurückgebracht habt. Das Uhr hatte Zeit schon, wurde er von Generation zu Generation weitergereicht. Das war ein schöner Pügelstein. Oma, das ist kein Pügelstein, das ist ein Bindungserz. Ich glaube, mein Pugi pfeift. Na klar, jetzt fällt es mir wie ein paar Urigan-Schuppen von den Augen. Ohohoho, kein Wunder, dass er sich so gut als Pügelstein gemacht hat. Gewiss nun, wir haben den schwarzen Pesthoch davon abgehalten, sich bis hierher weiter auszubreiten, Ohmchen. So ist es, so ist es. Und das nur euch zum Dank, meine Herzchen. Ich danke euch im Namen des Surfers, dass ihr Coopny gerettet habt, sowie meine leckeren, angelegten Poiperloy. Dieser gruselige schwarze Pesthoch breitet sich jedoch anders aus, andernorts weiter aus. Ich werde sagen, Ohmchen, das klingt nach einer Falle für mich und meine Kalle. Wir werden die Insel kurzfristig verlassen müssen, doch sind wir bald wieder da. Und dann essen wir deine eingelegten Poiperloy bis zum Umfallen. Die allerbeste eingelegten Poiperloy, nur für meine Herzchen. Ihr seid hier stets willkommen, meine Liebsten. Was auch immer Poiperloy sind. Alles klar, Zeit zu gehen und mit unseren Freunden in der Autorenhalle zu reden. Haben wir nicht noch woanders? Äh, im Dschungel haben wir noch noch ein Bindungserz. Loot, Prostfang und ich komme mit euch. Hey Leute, ich weiß, ich bin zwar noch in einem Monster geritten, aber ich komme ihm auch mit. Äh, Loot, warum? Es ist immer noch nicht sicher. Juli und Dolphy, ihr müsst auf Oma und die anderen Pällerien aufpassen. Gerade in den Reisen mit meinem Kumpel denke ich, dass ich das schon schaffe. Leider erschaffen, eine Bindung zu Monstern, um jeden vor dem schwarzen Pesthoch zu bewahren. Das ist die edle Pflicht eines jeden Riders zu schützen, was zu schützen ist. Schützen, was? Das ist ja so abgefahren. Äh, Julia? Ich, ich dachte, es wäre alles verloren. Das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Ich hatte keine Freunde, an die ich mich wenden konnte. Hatte immer dieses Gefühl, als wäre ein Frostfang und ich in der Dunkelheit verloren. Bis kürzlich, dass ich euch getroffen habe. Meine ganze Welt hat sich verändert. Seitdem, eigentlich gibt es etwas, das ich wertschätzen kann. Etwas, das ich beschützen will. Loot, Navi, keine Sorge. Die Insel ist bei uns in sicheren Händen. Passt gut aufeinander auf. Ich werde euch auf euch warten. Das letzte. Das ist die letzte ihres Dorfes. Worauf der Konga einen lassen kann. Du kannst deinen letzten Donut drauf verwenden. Also los, Partner. Auf geht's. Zur Autorenhalle. Das geht automatisch. Ja. Wieso stehen wir hier zwischen Stühlen? Egal. Es gibt noch einen Bindungserz im Bapta-Ringland, nicht wahr? Es hält nur als sieben Mustis. Okay. Ich meine, ich kann nochmal mit ihr reden. Aber das bringt ja nicht viel. Wir haben die Orte von zwei übrigen Bindungserzten herausgefunden. Der erste befindet sich in Koopni. Ja, okay. Was stand da? Irgendwas mit Nebel. Äh, befindet sich Koopni. Den haben wir. Das andere ist im Herz des Bapta-Ringwalds. Die Legende sagt, lass dich vor einen Blitz auf dem Pfade des Nebes bleiben. Glück auf deine Suche, Lut. Okay. Mal gucken, wo der das Bindungserz ist. Habe ich hier was zum Abgeben? Keiner von euch? Ja, bei dir. Und hier ist... Was? Ach, der ist nur ein Philein. Äh. Wir untersuchen einen lilaen Gypserwurst, den man auch als den Gift in Rasa bezeichnet. Aber der Jäger und die Autoren, die ihn untersucht haben, sind vergiftet und rückgekehrt. Mist, Uff, hey, vielleicht kannst du uns ja helfen. Ja, den Gift in Rasa. Gerne. Monson-Ebene. Oh, danke. Wenn du zurückkommst, bringe ich dir dieses Jagd-Hornweg halt bei. Okay. Nichts zum Abgeben, aber was zum... Machen. Ich dachte, das wäre vielleicht die Rüstung, die ich trage, aber das ist eine andere schwarze Rüstung. Ich gucke mal, ob ich mein... Also erstmal geben wir Quests ab. Und dann gucke ich mal, ob ich meinen Hammer verbessern kann oder irgendwie was Besseres aus dem Hammer bekommen kann. Ähm, schauen wir mal. Okay. Gut. Haben wir hier noch irgendwie was? Das war die einzige in den Küsten, die wir fertig hatten. Äh, wir müssen noch den Rutherloss besiegen. Oder waren das... Die andere muss ich noch wo abgeben, ne? Ab, abgeben. Irgendwo. Awatal. Wo muss ich das abgeben? Dorf Kropni. Die andere muss ich auch in Kropni abgeben. Deswegen gehen wir nochmal kurz nach Kropni. Äh, hier. Dorf Kropni. Wo war das denn nochmal? Ich dachte, ich habe in Erinnerung genau, dass hier oben noch eine Quest war, die wir abgeben müssen. Ich wusste noch nicht mehr welche. Ich habe leider das so ein bisschen überlesen. Jetzt können wir mehr Häuser bauen. Vielen Dank. Da unten ist noch eine Quest. Das ist aber die, die ich annehmen kann. Wo sind die Questen, die man abgeben kann? Ähm. Sind die Nummern noch hier? Nein, die sind weg. Hier ist die Quest zum Annehmen. Ein geschätzter Partner. Er ist weg. Wir kannten uns schon, seitdem wir Kätzchen waren. Würdest du für mich nach ihm suchen? Ja, wieso nicht? Ein Geofuld-Gret. Wie er aussieht, oh, er hat hellgraues Fell und er liebt es zu reisen. Kann ich hier runter? Nein. Das wäre auch zu schön. War hier am Strand jemand, dem ich die Quest geben muss? Das war doch... Das war doch hier irgendwo... War das nicht in Koop-Nie? Stumm? Auertal. Staffel für Nein. Ja, nein. Äh. Ja, wo ist die denn? Oder ist die ganz oben? Das ist ein Blümchen? Nein. Hätte ich jetzt gedacht, so vom Aussehen her. Für einen Moment, aber nein. Wo ist denn die Villein zum Abgeben dieser Quest? Was ist die nicht? Das ist nur der Quizmeister. Ah, hier. Ich bin einfach vorbei. Nein, das ist Julia. Ich nehme die trotzdem mal an, die Quest. Dolphi und der Großpuki verstehen sich ja richtig prächtig, nicht wahr? Rede mit der Julia. Wieder eine... ...Geschicht-Quest. Knuff? Knuff, Knuff, hä? Äh, was? Ah, ich, ähm, das ist... Sie sind einfach so knuffig. Äh, äh, Julia, du hast eine Vorliebe für Tatzen, was? Ja, ich liebe einfach ihr Fell. Das Knuffen beruhigt mich irgendwie. In meinem Dorf habe ich immer mit den Villeinen gespielt. Ihr Tatzen waren so weich und knuffig und hatten auch diesen erdigen Geruch. Und dann ist der schweiße Pesthoch aufgetaucht. Mein Zuhause wurde es zerstört und wir wurden in alle Winde zerstreut. Warst du auch, äh, Julia? Wie? Die Stadt, in der ich gewohnt habe, wurde auch vom schwarzen Pesthoch zerstört. Mein Vater war damals ein Jäger. Aber nachdem der schwarze Zeug aufgetaucht ist, sind plötzlich alle Monster verschwunden. Papa konnte nicht mehr jagen und somit musste ich mein Zuhause verlassen um 10 Lied zu verdienen. Oh, du hast echt schon viel durchgemacht. Ja, eine gute Sache daran ist jedoch, dass ich seitdem viele leckere Dinge gegessen habe. Ich denke, es gibt immer die Möglichkeit, alles wieder zu erlangen, was man verloren hat. Wiedererlangen. Das Schwert wurde mir von den Dorfwelsen übergeben. Das bereutete mir sehr viel. Doch, der schwarze Pesthoch hat es rostig gemacht. Jetzt ist es nur noch ein Stück Müll. Das Schwert wird seinen Glanz nie wieder bekommen und mein Zuhause wird nie mehr so sein wie früher. Sei doch nicht so, du kannst das Schwert wieder auf Hochglanz polieren und es wird so gut wie neu sein. Um solch eine große Menge Rost zu entfernen, brauche ich eine lila Lutwurst-Schuppe oder so. Und die kriegt man nicht so einfach. Mia, überlass das uns. Wir finden so viele von denen, wie du brauchst. Nicht wahr, Partner? Wie viele brauchst du denn? In Julius Momento. Du hast sie für mich gefunden? Vielen lieben Dank. Der Rost geht langsam ab, aber sicher ab. Es glänzt aber immer noch nicht so wie zuvor. Ich hätte mir keine falschen Hoffnungen machen sollen. Wir Menschen sind zu närrig. Ich bin mir auf den schwarzen Pesthoch aufmerksam geworden und dann war es schon zu spät. Wir hätten mitbekommen sollen, dass die Natur sich verändert hat. Wälder, Flüsse, überall. Wir haben nur an uns selbst gedacht. Wir haben vor dem Leid der Welt die Augen verschlossen. Wären wir aufmerksamer gewesen, wären wir etwas dagegen den Pesthoch übernehmen können. Äh, sicherlich vielleicht. Aber weißt du, alle Leute aus meiner Stadt geben ihr Bestes, um die Stadt wieder aufzubauen. Sich gegenseitig zu helfen, das ist doch das Wichtigste. Nicht wahr, spielt sie es? Sich gegenseitig zu helfen. Dolphy hat recht. Zusammen werden wir dir helfen, dein Schwert, dein Erdnungs wiederzugehen. Gibt es denn keine anderen Materialien, die wir verwenden können, um es zu polieren und zu schärfen? Vielleicht eine Agenaktor-Schuppe-Panzer. Ein Agenaktor-Panzer und ein Smarakungala-Klaue. Fantastisch, warte hier. Wir werden dir die Beute bringen. Agenaktor-Zeug habe ich glaube ich nicht, ne? Okay, das war die erste Quest. Dankschreiben, ey. Das brauche ich sogar, wenn ich vielleicht einen Agenaktor-Panzer und die Smarakungala-Klaue hätte. Äh, habe ich. Ah ne, ich nehme sie erstmal an. Okay, ich hab's. Damit wäre ich vielleicht in der Lage, es wiederherzustellen. Ich hätte nie gedacht, dass wir all den Roster abbekommen würden. Aber sieh doch, wie blendend es jetzt glänzt. Genauso hatte ich es in Erinnerung. Hey, das ist toll. Siehst du, genauso wie ich es gesagt habe, wir müssen uns alle gegenseitig helfen. Danke Dolphy, Lut. Und euch hätte ich das niemals geschafft. Ja, nicht der Rede wert. Die Schwerdchen zu sehen war die Mühe wert. Das ist doch unbezahlbar nicht wahr, Partner? Zu sehen, wie dieses Schwert seinen alten Glänz zurückbekommt, hat mich zum Nachdenken angeregt. Ich hoffe, dass es noch mehr glänzen wird, wenn es bei dir ist. In meinem Dorf war es Tradition, dass sich das Schwert immer unserem stärksten Rider gehört hat. Also wirst du jetzt darauf aufpassen? Julia hat dich als einen echten Rider anerkannt. Ziemlich fantastisch, nicht wahr, Kumpel? Cool, jetzt hab ich noch ein Schwert. Ist das ein Großschwert? Oder ist das ein Schwertschild, den es Flugwürfern stimmt? Was? Irgendwas. Ewiger Kampf erhalten. Du bist die einzige Person, der ich das hier geben würde. Bitte setze es weise ein. Okay. Wie teuer ist es denn, wenn ich das verkaufen würde? Ach nee. Lassen wir es. Ausrüstung. Waffen. Ewiger Kampf. Okay, es ist ein... Nur ist ewiger Kampf. Da ist ewiger Kampf. Vergleichen. Es ist 53. Und ich guck mal, was ich gerade habe. Ich habe eine Flut. 58. Guck mal mal, ob wir es verbessern können. Hey du, schmied mir Zeug. Ewiger Kampf. Da ist es. Erdmittel und Grades und Drachentotbeere. Habe ich Drachentotbeeren? Ja, genau eine fehlt. Die kriege ich, glaube ich, im Wald. Also in Babda-Regenwald. Erdmittel und Grades kann ich ja schon mal reinhauen. Was braucht ihr nochmal das Dankeschreiben? Das brauchte ich ja auch für irgendwas. Die Odyssee? Ne, da brauchte ich T-Krex-Sachen. Habe ich die mittlerweile. Die wird aber ganz schön stark. Nach einem Upgrade. Verteidiger. Erzogen Grades. Erzogen Grades. Ich habe noch mal wieder. Enttaubter. Knochenhogen Grades. Rathien. Eisgestalt T-Rex. Jalalala. Oder war das meine Rüstung, die... Ja, der Barreth. Okay. Gravius. Ich habe doch Gravius-Zeug, oder? Und Kopeco-Sachen habe ich sowieso. Wieso habe ich das hier nicht verbessert? Wieso habe ich das nicht verbessert, wenn ich das verbessern kann? Ah ja, ich glaube, für meine Rüstung brauche ich das, ne? Dankeschreiben. Was brauche ich jetzt? Kamisinen-Farbene... ...Pecco-Sachen. Ähm... Und normale Kopeco-Zeug habe ich auch. Mir ist wieder irgendwie so schwindelig. Das habe ich manchmal. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber... Ist jetzt nicht so, dass ich aufhören würde, weil ich mir... Doch, ich glaube, ich höre auf, weil ich mir ein bisschen schwindelig ist. Werte Sache. Ähm... Ich gucke nur, ob ich hier vielleicht was Besseres rauskriege. ...Federzünder. Was brauche ich dafür? Kopeco-Plus. Was ist denn das? Okay. Wir können jetzt mal... Äh... Ist auf Stufe 55. Also... ...55 Schaden macht es. Und der Rabenflut macht... ...58 Schade. Aber habe ich nicht jetzt auch hier ein Garuga-Zeug nochmal gefunden? Ich muss gerade sagen. Ich mache mal das Ohr rein. Und dann eine Schuppe. Und dann... ...wird das ganz toll. Was brauche ich denn noch für Zeug für die nächste Stufe? Auf welcher Stufe sind wir überhaupt? Auf Stufe 3. Mehr Konga-Lala-Sachen. Ne, wir waren Kern. Wie viele haben wir dann? Ja, dann rein mit dem Zeug. Ne? Immer rein in die gute Stufe. Aber ich glaube, ich habe nicht genug... ...Yangaruga-Zeug. 6. ...7. Wap, wap, wap. Dann warten wir erst mal. Aber auf was für eine Stärke bist du jetzt? 63. Meine Güte. Das dürfte auch das Schleckste sein, was ich habe. Die Hörner, die sind mir eigentlich so ein bisschen egal. Ähm... ...ähm... 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 Das, was er die ganze Zeit trägt, finde ich nicht so toll. Aber besser ist nackig rumlaufen, denke ich mir. Ja, dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis demnächst. Bis demnächst. Bis demnächst. Bis demnächst. Bis demnächst. Bis demnächst. Bis demnächst.